Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir einen neuen wöchentlichen Auftrag Woche 2. Wir fangen direkt mit dem ersten Auftrag an und zwar Öffnet Drohnen oder Munitionskisten bei Lost Rose Lagoon. Drei Stück, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute, hier sind wir bei Lost Rose Lagoon auf der Karte ganz genau hier. Wir müssen einfach Drohnen oder Munitionskisten öffnen. Hier haben wir dann zum Beispiel eins von drei. Hier ist Kiste Nummer 2, einmal öffnen, zwei von drei. Hier eine Munitionskiste, einmal öffnen, drei von drei und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen, Leute. Tür, Gebäude und Objekte mit einem explosiven Go-Gun. Drei Stück Gebäude, manche, also sehr viele von euch wissen nicht, was ein Go-Gun ist, deswegen switchen wir einmal die Webseite. So, zack, hier sind wir bei offizieller Fortnite-Webseite. Und wir gucken uns mal das Video an und das ist der explosive Go-Gun. So. Ihr seht, er hat Strahlen herausgeschossen, Leute. Und somit, also so Schleimstrahl, sag ich mal, und das ist dann explodiert. Das Ganze müsst ihr einfach auf Objekte oder Gebäude verschießen. Also, ihr nehmt den halt, schießt auf Objekte oder Gebäude und es explodiert von alleine. Und das Ganze 30 Stück, bis ihr 30 Gebäude habt oder Objekte. Niedere Gegner, während du hochverkrumpt bist. Dreimal. Und wir spielen direkt Gruppenkeile und dann sehen wir uns, wenn wir in einer Runde sind. Ja, Leute. Also ihr kommt jetzt einfach so. Und dann seid ihr halt verkrumpft. Und dann müsst ihr... Wir haben jetzt halt ein Video zu. Wir haben jetzt eben... Kickl. So, was müssen wir machen? Das Ganze dreimal, Leute. Und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Erhalte Schild bei Reality Tree. 25 Schild. Und dann kommen wir direkt zu dem Auftrag. Ja, Leute. Auf der Karte bin ich ganz genau hier. Bei Reality Tree. Und ja, wir müssen 75 Schilds hier erhalten. Ihr seht hier auf dem Baum, die sind so Pizze. Also ihr geht einfach drauf, springt und ihr seht unten bei euer Schild. Ihr bekommt halt Schild und das müssen wir bis zu 75 voll machen. Wir haben schon 30. Okay. Wir gehen hier einfach mal auf diesen Pilz hier. Okay. Dann einfach mal hier rauf. Eins kunde. Wir gehen mal jetzt zur Richtung. Hier. Und dann hier ist noch einer, Leute. Und das sollte schon reichen. Ja. Ihr seht unten 75 Schilds und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Füge gegen deinen Schaden zu, während du auf einer Seilrutsche bist. Dreimal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Bei der Tiefen nachhaltend Seilrutsche, da haben wir den Entwickler. Wir müssen einfach mal treffen. So, sie im 20er hilft. Das wäre mal eins von drei. So. Wir haben hier selbst einen Schaden zu tun. Und das Ganze müsst ihr einfach machen. Ja, so. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier auch 5 Sekunden trainieren. So. Auf der Karte bin ich ganz genau. Hier nehmt sich die Power. Füge gegen den Schaden zu innerhalb von 5 Sekunden nach dem Klettern. So. Also. Wie geht der Auftrag? Hier ist zum Beispiel ein Gebäude. Ihr klettert. Und innerhalb von 5 Sekunden müsst ihr einfach einen Gegner Schaden zufügen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir bei einem Gegner sind. Wie ihr hier sehen könnt, da unten ist ein Gegner. Also ihr macht so, ihr macht das, ihr klettert, also ihr habt den Klettert. Dann müsst ihr ihn Schaden zufügen und das Ganze wiederholen wir mal. Hier ist ein Gegner. Wir klettern mal. Und hier noch einmal. Für Sicherheit. Und hier ist ihr für den Gegner. Und ihr müsst ihr einfach mal Schaden zufügen. Ja, ihr seht, ich habe ihn auch gekehlt. Und das ist ganz einfach, also zum Beispiel hier das ist das gebaute Gebäude von dem Gegner. Am besten ihr klettert einfach und ihr könnt einfach Schaden zufügen. Ich gebe euch einen Tipp mit einer Maschinenpistole, dass eure Chance mehr zu treffen, Leute. Tanzen 5 Sekunden lang in dem Luftschiff. Einmal, also auf der Karte ganz genau hier bei Lustlos Leguen. Ja Leute, ich bin hier gerade auf dem Luftschiff. Ihr müsst irgendwo hingehen und dann einfach 10 Sekunden tanzen. So. Hier. In der Zeit könnt ihr das halt machen. Und zwar 10 Sekunden lang. Äh, 5 Sekunden lang. Sorry. Und ja. Somit haben wir den Auftritt abgeschlossen. Und, äh, ich hoffe das Video hat euch gut gefallen. Also lasst keinen Like da. Abonniere mich auf den Kanal. Lasst mich auf den Kanal. Wenn ihr euch das Video mehr verpasst. Danke. Kuss, kuss an jeden. Und ciao. Haut rein. Bis nächstes Mal in der Welt. Tschüss. 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 Tschüss.